so das würde ich aber eigentlich ganz gerne hier outdoor outdoor pflanzen da kann man alle pflanzen nehmen ok nee geht halt nicht aber hier nehmen gut ich habe eine message bekommen ein bodiges gezeug so machen wir das jetzt am dümmsten und kleinzeug noch also so muss reichen gehen wir mal kurz ins spiel rein so es geht los das ist interessant so lange nicht gespielt und jetzt geht es auf einmal wieder los irgendwie krass alte leben hinter uns gelassen neue phones gesehen also wenn ich sie würde ich schlafen gehen und er ist wahrscheinlich auch müde sowieso ja dazu muss er es mit geld verdienen du schläfst bitte hier nigger keine kind was macht ist wo sich hinschreien sehr schön so karriere einschlagen brauchen wir nicht hatten uns ja irgendwann irgendwie ist das spiel doch ein wenig leise wir hätten uns ja irgendwann mal dazu entschieden privatunternehmer in anführungszeichen zu werden sie muss einfach nur auf klo oh er sollte jetzt vielleicht mal auf nein 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 hier du hast jetzt das klo reparieren tun oh aufstehen los rennen sehr schön so soll es raus nach kann er das hier denn gleich aufwischen wird sauber aufwischen sollst du doch alle blöden aufwischen alle blöden so alle blöden los wegwerfen wegwerfen so er ist angespannt das heißt er könnte eigentlich mal programmieren ja ähm hallo spielen spiel rot spaß so programmieren üben also warum soll er üben mehr auswahl ähm karriere er ist doch ähm ach so dachte schon ja programmieren hacken äh hacken das nationale zinsüberwachungssystem kann er daten verkaufen wenn ich mal ein bekannt das ist ja sie also warte auf es ist ihre tochter ähm ähm irgendwie ist es irritierend ihr liebes ihr liebes leben oh mbh ging das so hier habe ich jetzt ein screenshot gemacht ähm spüroption ähm ähm also kann ich hier nicht einfach rumgucken ok sehr schön haben wir das auch erledigt ach brauchen wir nicht sehen hab ich doch hier sehen geh du mal schlafen ist ne gute idee sie könnte doch eigentlich mal wieder ein buch schreiben 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 aktivationsbuch kümmere dich nicht um den scheiß das baby stink wie sau ähm ähm was 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 ist hier irgendwo namensbuch ja los muss ja hm kann eigentlich nochmal schreiben und zwar Jean ach ne falscher mensch schreiben und zwar dachbuch ein drehbuch ein drehbuch wird sie mit ein drehbuch macht er er soll eigentlich sitzen und eh schlafen ich mein junge geh ins bett und schlaf so hat er auch noch ich komme mit den leuten ja nicht mehr ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt muss ich dazu sagen so wer macht sport sie sie hat den du bist doch verpasst oder ne hat sie nicht ähm ja ne frau die ähm im bh über die straße rennt ne alte frau im bh über die straße rennt das ist beruhigend ähm ok wo ist unser haus auch hier oh entschuldigung ähm mal im vergleich zu den anderen gucken ja vielleicht können wir irgendwann mal in so ein haus einziehen ich glaube da muss schon einiges passieren bevor wir in sowas einziehen höher sind das hier beispielsweise wohnt gar keiner oder so eigentlich den kind hier im stade aber die frau sitzt hier oben und schreibt also das wir machen wir ein bisschen beschleunigen das ganze äh ach tschung und freundfragen wie geld 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 irgendwie nix großes er ist inzwischen doch bestimmt so munter da sind wird dann kann er mal seinen hunger stillen dem er was isst öffnen das bestimmt ein ist wir brauchen erst mal jetzt im bett neues das ist jetzt laut so im verhältnis wenn wir erstmal hier so einem provisorisches bett für ein camping bett kommt hin hier so sehr schön kind heult und heult und niemand geht aber dass die arbeitet gehen wir bitte zur arbeit und du kannst doch mal hier ihr pssst oder so dafür bin ich die eigentlich nutzigen windeln wechseln was haben wir jetzt... oh danke ich jetzt die ganze lobe so jetzt arbeitet sie als bloggerin beruf was hat er denn er hat hunger oder kochen war das hier als familienportion alle lichter weißes licht sehr schön du machst drüber ein und das hier weitwinkel oder optik ja oh level fünf der leopold zeigen ja auf das können hallo ist hier level aufsteigen programmieren ist es na gut video spiele kann noch gut das war es nur schon was bei ihr und gut schreiben aber so gut vorig ganz klein hat sowas noch nicht schon wieder eingeschissen jetzt an sozialer kompetenz anscheinend so soll es mal geben das kind nach soll er mal was soll er machen oh ja geben wir nicht die ganze aufs ohr mehr auswahl du müssen hin machen wird sie noch schlechter da und wieder eingeschissen und schlafen okay ich würde sagen wir kommen mit nichts mehr klar ja das war es mit der mit den ersten drei folgen der neuen staffel die sims 4 und wir sehen uns in der nächsten aufnahme wieder bis denne ciao øöööö trrrrrrbrrbrrpang Untertitelung des ZDF, 2020